Musik 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 Moin Leute, jetzt rutschreibe! Hooray, jetzt geht's hier bei der... Oh Gott! Schützen! Lass mal Schapelle sehen! 5... 4... 3... 2... Hallo, Herr Köln! Woll ich die Position wechseln? Ich führe Messungen und Datenanalysen durch und biete Referenzsuchen an. Na gut. Ja, ich will kurz mal gucken was ich überhaupt machen muss. Wo sind wir denn hier? Ziele! Hier, Umweg immer noch. Und jetzt begib dich zum Arboriotum. Was ist das? Achso, G-U-T-S-R. Die Karte habe ich ja irgendwann gekriegt. Also da muss ich hin. Also raus, links, 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 da lang, da lang, ok. Joa, was muss ich noch machen? Uh, jetzt sind doch so. Habt ihr gesehen. Egen 2. Ich probier's mal. Meine Heckkünste sind auch grandios. Ich bin schon mal nicht durch. Na schade, weil normal krieg ich wieder einen Stromschlag hier. Ja, egal. Boah, ja, ja, ja. Boah, dieses Finden auf das Tool X und so, das ist echt nervig. Ich hab mich auch gut in den Jock gebraucht. Kalibrierung. Die meisten Systeme sind derzeit leider gesprungen in Plasma-Schapelle. Und schon? Also, wir haben die nächste Befälle. Warnung, schützen Sie. Plasma-Schapelle in 5, 4, 2, 1, und schon. Mal schauen. Nehmen Sie, ich schütze die hinweg. Warnung, ich schütze die hinweg. Ok, vielleicht ein bisschen Verschwendung, schon ganz schlössermäßig, aber trotzdem will ich hier sprechen. Äh, gar nicht auch schlecht. Drei, zwei, eins. Will ich da rein? Vielleicht ein Loop noch. Oh! So, jetzt kriege ich Lamin noch rein. Mikro Gravitation entdeckt! Ja, raus hier! Schwerfahrzeug, normal. Genau so soll das sein. Ok, jetzt werde ich noch was speichern, aber kannst du eben aufladen hier wieder. Ich habe ja genug. So. So, jetzt sind wir jetzt mal hier. Ja, ist gut. Hier hat der Geistort. Aua! Ja, das war schon mal den was noch he. Was ist mit denen los? Ich habe sie gefangen. Ich habe sie gefangen. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhhhh! Ahhhhhhhhh! Ahhhh! Anziehung Gottes. Äh, da fahr' ich noch mal. Jetzt haben wir grad nicht mehr rein. Das war grad zu blöd. Das geht auch besser. Gucken wir auch mal diese scheiß Roboter da an. Dann sind sie ja. Warte mal. Genauso. Granada ist echt. Best. So, jetzt gehen wir mal weiter, wo ich auch hin muss. Kann ich da eigentlich auch irgendwie rein? Nö, oder doch? Weiß gar nicht. Ja, das haben wir nicht. Warnung, drohende Plasmaschine. Mikro Gravitation entdeckt. Mikro Gravitation entdeckt. Äh, äh. Nö, nö, nö. Was ist der hier? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das für Sie. Reparatur abgeschlossen. Operator nähert sich. Äh, soll ich da durch oder soll ich da nicht durch? Wart unsicher. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Ich steh auf das was. Okay, Flashback. Was ist los? Arbobay, Shadowbay, Arbogutu. Oh, okay. Die Forscher nannten sie Korallen. Wunderschön, aber... Wir kennen ihren Zweck nicht. Außerhalb des Eindärmungszylinders hat sie sich noch nicht ausgebreitet. Bis jetzt. Die Musik will ganz toll. Das ist echt sehr schön. Das ist die T-Shirt. ... Alter, hier sitzt ja der nicht. Das hat viel Munition gekostet. Richtig viel. Munition? Na nicht gut. Alter! Wo kommst du her? Warte mal. Sack, Sack, Ding. Ah, ich brauche Nut. Was ist das? Ah, gut. Halt mich. Ich dachte, die Roboter machen ja alles heile. Ihr Abzug ist undicht. Ich flicke das für Sie. Fertig. Operator nähert sich. Hier ist leitende Systemingenieurin Ilyushin. Was ist das? Das Kraftwerk wurde beschädigt. Aalenreste? Ich wiederhole. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Wird auch Zeit, Sam. Chief, ich bin kein Kommunikationstechniker. Ich tue mein Bestes. Mika, hier ist Sicherheitschefin Elisa. Hören Sie mich. Sarah? Ja, ich höre Sie. Ich habe versucht, mich ins Lautsprechersystem zu hacken. Mein Team ist im Frachtraum und diese Dinger auch. Riechen überall auf der Station herum. Hauen Sie überall mit der Rohrzange drauf. Aber prüfen Sie sie erst. Genau, Sam. Diese Dinger. Hauen Sie auf alles drauf, was freisteht. Und wenn es auf Sie losgeht, bringen Sie sich in Sicherheit und melden Sie sich dann via Transcribe. Ich schicke Ihnen eine sichere Leitung. Klar? Verstanden. Okay. Mein Transcribe ist in der Kühlmittelüberwachung. Da leben wohl noch welche, wa? So, das habe ich auch gesehen. Mal bei denen. Genau, den Weg dorthin. Kann ich da eins machen? Alles klar? Muss nur kurz durchassen. Sarah, können Sie mir sagen, was passiert ist? Mika, suchen Sie Schutz! Nein! 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 Alles falsch gemacht. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Das ist auch im Schluss die Steuerung echt bescheuert. Anderes kann man es nicht sagen. Hier haben sie schon einige kaputt gemacht. Das ist ein komisches Vieh. Ah! Nein! Trans... Transstar aktuell. Unsere Mitarbeiter im Fokus. Okay, bla bla. Erstmal Kram hier mitnehmen. Ich zeige eure Ladung. Das ist mal... Die ist echt super! Die ist echt mega gut. Tragen? Nein. Vielleicht irgendwo hoch oder so? Oder auch mal wieder dahinter? Oder... Hier ist ja überall was versteckt immer, ne? Also wirklich. Sollen wir mal schön looten. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder ein Schritt weiter. Sehr schön. Aber die Viecher wären auch immer nerviger. Roboter, Mimics, Phantome und so ein anderes Kribbelkrabbelzeug. Ey, mach mal mal. Gehen ja gar nicht, ne? So. Aber ich muss die Talos jetzt zerstören, aber ich glaube ich kann vorher abhauen, oder? Talos war irgendwie ein einziges großes Labor im Weltall. Irgendwie in der Mondumlaufbahn. Naja. Ich habe es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboritums. Das Büro ihres Bundes ist ebenfalls hier. Aber dann wären sie... Was? Neptun? Pluto? Ja. Was redet er da? Was ist das denn? Destructo Taser? Was macht man damit? Okay. Ich bin voll. Okay. Ich bin voll. Okay. Warte mal. Jetzt haben wir gleich. So. Erstmal den Schrott übertragen. Dann habe ich hier noch eine Waffe zu viel. Dann habe ich hier das noch zu viel. Joa. Loot. 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 So. Wollen wir hier ein paar. Bisschen Muni. Oh. Kann ich jetzt alles machen. EMP Ladung. Psy Hypo. Dingsbomb. Schallgedämpfte Pistole. Schallgedämpft. Hm. Habe ich da eh schon gescheit gelernt oder? Neue Motten hier auch bauen. Strohpatronen. Habe ich erstmal einen. Wollen wir hier wieder. Habe ich auch ganz viel verbraucht. So. Und ein Minipack. Habe ich da genug Ressourcen. Ja. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn für? Da fahre ich denn ganz viel. Ich habe ziemlich viele Ressourcen. Oben rechts übrigens. So. So. Ich muss mal gucken wo ich die Knarre hier hin mache. Ich habe hier auch gar keinen Platz. Einen neuen Knarren weg. So. So. Ich bin ziemlich gut ausgerüstet würde ich mal sagen. Oh. Wenn wir mal kurz gucken hier. Ich bin ziemlich gut ausgerüstet. So. Ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Die Frage ist jetzt. Neuromods technisch was ich da jetzt mal machen könnte noch. Aber ich habe 8. Aber ich weiß nicht genau was ich machen soll. Hm. Hm. Inventarplatz unlaubt die Institution von 2 zusätzlichen Chipsätzen. Hm. 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 Ausdauerwendigkeit. Was haben wir hier noch? Kampffokus. Ich mache mal alles an. So. Ist gut oder nicht. Werde ich dann auch mal später sehen. Aber jetzt habe ich 150 Hells. Das ist schon mal gut. Kampffokus ist hier auch ein bisschen besser. Eigentlich ganz okay würde ich sagen. So. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Mal gucken ob es noch was mit mir gibt hier. Nö. Nö. Da auch nix. Da auch nix. Schade. 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 Öh. Ich schrott eigentlich. Oh nein. Irgendwie was ich eben aufgenommen habe. 24 oder egal würde alles gezeichnet werden. Ich freu mich nicht. So. Gut. Kommt ausgerüstet. Gehts weiter. Da ist auch noch einer. Boah. Alles in Ordnung. Über diesen Typhon. Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Freude Bananenschale. Sie können dort oben überprüfen warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer als wieder durch die Guts zu fliegen. Fehlfunktion. Neues Ziel. Okay. Ich würde eigentlich gar nicht rufen weil das Viech anscheinend wohl ziemlich übel ist. Gartentipps. Neues Ziel. Ich habe gerade so ein bisschen Schiss. Äh. Von jetzt. Oh. Nein. Äh. Ich kann gar nicht hier hinter den Stecken lenken. das ist ein Verklickter man hat nicht so geil und Notizsätze, Genehmigung wo ist das denn hier? russische Bühne wieder im Schrott Schrott, 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 Schrott gut weg nehmen, kann ich aber nicht ah ok der konnte sich wohl gar nicht verwandeln hab mir einfach mal einen verpult nein nein, sei still nein ich weiß nicht, dass ich den Knopf drücke ach so, da spritzt oben Wasser raus super ich hoffe, dass das Vieh gleich kommt dann muss ich nicht schreien sieht irgendwie eingefroren aus oh mein Gott was ist mit mir los? kann er nicht rein muss ich gerade hart konzentrieren hier das riesige Vieh kommt wieder für instant tot äh hey sieh da machen sie die Tür auf bitte hier drin ist irgendwas hier drin ist irgendwas was was ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle ich habe ich habe ich habe Das ist leider noch kein Passwort, das würde ich euch rauslassen. Hacken 3 habe ich da auch nicht. Schade aber auch. Aber sie leben noch. Du kannst mich nicht zwingen. Alter, was ist das hier für ein Gebiet? Scheiße. Sieht eigentlich ganz cool aus. Kein Platz. Schade aber auch. Reparieren. Looten. Reparieren. Looten. Oh-oh. Oh. Wo kommt die denn her? Oh. 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 Der Schütz hat schon mal gleich geschossen. Sehr schön, sehr schön. Ach, okay, die haben aufgeschossen gerade. Alles klar. Wir antragen neuen Operator. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Verzeihung. Diagnostiziere. Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ja, ist schon mal gut. So, da müsste ich eigentlich hin. Aber ich muss mal kurz draußen gucken, was ich da so finde. Ah. Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Okay. Ach man. Ist gerade schon viel zu tun hier. Soll ich nochmal eine Granate beschreiben? Ja, das war nix. Können wir starten und haben sich verschwendet. Das war nicht gut. Ich gehe jetzt doch erstmal zum Hauptaufszug nach oben da oder nach unten, wo ich hin muss. Na, renne ich dann später auch nochmal hin. Datenzentrale, da musst du aber eigentlich auch hin. Eigentlich muss ich da hin. Oder musst du nicht hin? Warte mal eben. Doch, musst du da hin. Ich musste ja sogar hin. Warte mal. Warte mal. Ah, warte mal. Ich habe hier so ne... Ich spackst gerade hier ein bisschen. Prost! Warte mal. Ich bin einfach dran. Ich bin einfach dran. Irgendwie, guck mal wie das gerade buggt hier. Hehe, irgendwie mochte das Spiel gerade hier irgendwas nicht. Ah, das lief doch einigermaßen okay, würde ich sagen. Schön anlocken. Ah, fuck. Schade. Schade, ich habe keinen Platz mehr. Das ist echt Mist. Warte mal. Das war vielleicht gar nicht so gut, was ich gemacht habe. Wie ich da überhaupt hin? Weiß ich nicht. Meine Musik ist echt gut. Da fällt mir echt. Hä? Was ist das denn? Damte Ding nicht auf. Wo ist Daniel? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Daniel muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe Sie suchen. Oder Ihr Transcribe. Ich sehe erst in Ihrem Zimmer nach. Alles will alle wieder. Machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Daniel. Wo bist du? Komm, wir geschafft. Sie hat geschlossen. Okay. Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Daniels Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. What? So, Daniels Shows Unterkunft. Wo sind die? Chameleon. Abgrund. Vorliebe. Fehlerhaft. Warte mal. Habe ich gerade irgendwie eine Waffe ausgetauscht? Lass das. Lass das. Was war das? Ach man ey, diese Steuerung. Okay, die ist gut. So, wie komme ich denn jetzt hin? Könnte ich hier irgendwas anmachen? Mann. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh! Einste Richtung! Hilfe! Es sucht mich, es sucht mich. Kann ich überhaupt schleichen, ne? Das ist ein Luxus. Ich muss ihn nicht beschützen, ich muss ihn nicht beschützen, ich glaube schnell. Kommen die nach, oder kommen die nicht? Ich hoffe nicht. So, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, was ich mache. Oh. Oh. Oh jeje, schön zu ihm beschützen. Thermalfang. Schießt, schießt. Ah. Oh, wo kommt die denn da? Oh. 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 Wir haben... Sind die durchgebrochen? Krass. naja gut passiert nicht das tross und an zur Reparatur na gut sind sie einfach mal durchgebrochen hier ach hätte ich mich auch heilen können ja shit ja ja gut Fehler gemacht nächstes mal dann halt den Operator holen und sich heilen lassen Mist na egal wieso schlimm was ist das hier Furchtschild warte mal kann ich da irgendwelche Sachen einsetzen alles vergessen einzusetzen nein da ist noch mehr Material drin in dem Käfig schade kann man hier rein vielleicht doch irgendwie ne schade boah hier die Kraft höher habe ich da nicht schade 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 so ok da sind echt von links und rechts in Scheiben rausgebrochen achso ne warte so ich glaube ich geh erstmal zurück und recycel erstmal den ganzen Kram oder na das geht aber das tut nichts mehr ziehen ich hätte auch noch ein bisschen mehr gucken können da aber leider konnte ich in eine Region nicht rein außer sind beim Phantom unten wo die ganze Glutscheiße noch hängt da hätte ich auch noch reingehen können na gut da muss noch ein bisschen weiter kommen hier ne deswegen mal gucken kann ja noch wieder zurückgehen irgendwann los dazu laden die da eigentlich ganz fix sehr ganz angenehm mal schauen wo wir landen ich müsste noch jetzt da irgendwie Stimmenerkennungskram zusammenfummeln wie das geht keine Ahnung na dann schauen wir mal dieser Typhon ist unbekannt soweit ich das erkennen kann ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich das von ihnen in der Psychotronik freigelassene Fährte hatte eh nicht ich habe eine dieses hier schreckliche Erlangen mein Scan wäre aufschlussreich äh was ist hier nochmal nein das kann ich auch das von ihnen in der Psychotronik freigelassene Fährtematik hier ja was soll ich machen ich konnte nicht verstehen was er gesagt hat ich weiß grad nicht was hier abgeht aber ich muss ihn marken können es ist wieder gar nix hier ich glaub wir brauchen noch nicht reingehen ich weiß auch gar nichts was er sagt um ehrlich zu sein ja toll ja toll ok ok war das gut ich weiß es nicht eigentlich soll ich mal scannen oder was ich speichern mal kurz ja das klappt ja so gut mit dem Scan hm Scan abgeschlossen weitere Proben benötigt Elektro stand da eben so elektrisch äh ja wie gar nicht ja ich weiß es nicht ich weiß es nicht was ist das hier Fluchtkapsel ja toll ja 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 ich weiß es nicht viel psychisch EMP hm ich weiß es nicht muss ich jetzt einfach rüber rennen oder muss ich den jetzt ablenken und dann rüber rennen ich hab keine Ahnung elektrisch hat eben nicht funktioniert Toll, ne? Das kommt schon mal nix. Das kommt schon mal nix. Das kommt schon mal nix. Den soll ich jetzt besiegen oder was? Das wird ja lustig. Da muss ich jetzt mal richtig überlegen, dann kann ich auch wieder zurück gehen. Ja, ich geh erstmal wieder weg. Ich geh erstmal hinten nochmal wieder hin. Ich muss erstmal überlegen, was ich mache. Ich geh nochmal hinten zum Phantom, wo ich einen erwischt hab. Dann gucke ich da nochmal rum. Vielleicht gibt's noch irgendwas aber elektrisch. Ich hab da diesen komischen Impulswaffe geholt. Diese eine hier. Da gibt's auch nichts zum reinlocken, nichts zum explodieren bringen. Da gibt's auch nix. Komisch. Das ist ein bisschen komisch alles. Naja. Diese Waffe hier, die ist doch elektrisch. Aber wie soll das eben nichts abgezogenes verstehen? Na ja geil. So. Scann. So ein Mist ey. Ich hab ne Hälfte Energie hab ich schon gezogen. Die 3er. Ha. Verrückte Robo sind hier wieder. Was war's gerade? Das ist so gut wie es ist. Hat einfach Spaß die Granaten. Hat einfach Spaß. Die beiden Dinger hier nerven gerade hier. Da muss ich da rein. Ich geh nochmal hier erstmal runter. Was haben wir hier? Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Ah okay. Währenddarm mal rein. Naja, ein bisschen erkunden muss ich ja hier Dann muss ich ein bisschen rumgucken Besatz ins Quartiere Ich glaube, ich werde mir gleich noch ein bisschen was herstellen Und dann werde ich diesen Penner da auf den Sack geben Mal gucken, wie ich das dann kriege Mal abwarten Auskommen dazu Oh, eine SSD wäre so schön, ne? Hab ich aber leider nicht Uiuiui So Will ich hier überhaupt sein? Du, ich sehe dich Noch eine Puppe Du suchst nach mir Mit schwarzen Eiern hinter den Augen Komm näher Ja Noch näher Was ist mit dem los? Ich bin ein bisschen verrückt geworden Ne, da bin ich nicht rein Oh Nein, nicht nehmen Ich sehe nichts Ich sehe nichts Alles, danke dir Nein, nicht nehmen Oh, hier ist kein Platz mehr. Jetzt gehen wir auf den Sack gerade. Was kann ich denn hier essen, oder was? Banane? Oh. Was ist das? Oh, jetzt habe ich irgendwas angeschaltet. Den Generator oder was? Toll. Was bringt das? Ah, sehe ich auch die ganzen Muckels hier. Wo ist sie jetzt wieder hin? Das hell ist ja auch, ich habe jetzt mehr S, aber die ziehen mir auch mehr. Das ist eigentlich ziemlich scheuert. Willkommen allerseits. Wir haben etwas Erstaunliches, Herr. Egal. Ja. So fast, the sailing ships, the outer wind, the innocent, the lonely, the wind, the breeze, the conduit. I'm looking for a ride. I'm looking for a ride. I don't know. I'll do it. So, gut, hab ich das schon mal erledigt? Mann, was ist denn hier los? Was ist hier los, verdammt nochmal? Hab ich hier eigentlich ganz gut gelöst, muss ich mal sagen. Ob ich ein ganz Viecher gerade angelockt hab. Das ist ja eigentlich ganz cool. Na, Alkohol lieber nicht. Schade der Leber und so. Das ist genau zu Daniels Büro, äh, Quartier, wo es mal sitzt. Da unten. Du hast keine Puppen, du. Du weißt, verrunderst du ja. Fehler. Charakteranpassung genötigt. Ah, diese Musik, du. Scanne, ziel kein Alien-Material hinweg. Versuchst du das? Was ist diese Musik? nữa, was du? Das war's. Erledigen verschwundenes Transkript blablabla blablabla, gut, sehr viel blablabla. Ein bisschen Geräusche, nicht gut. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. 40% Nein, das klang ernst, deshalb wollte ich meinen Transcribe ausschalten. Also gut, du fragst mich, ob es in Ordnung ist, unser Spiel aufzunehmen. Auf dich. Gut. Ich, ich weiß, dir noch zu viel Spaß ist es nicht. Oh, tut mir leid. Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes, das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? 50% Stimmprobe gesammelt. Ey, hör mal hin. Schatzsuche, neues Ziel. Oh Mann ey, muss ich mal weitergehen hier, wa? Finde ich aber nicht so gut gerade. Finde ich aber nicht so gut gerade. Noch irgendwas hier? Mann, 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 Mann ey, in diesem kleinen Raum so viele Gegner. Ist nicht gut. Finde Emma Wethys Karte. Kino, Alter, was ist denn hier los? Okay. Ich hab niemals auch nur einen Neuromod entfernt. Aber heute konnte ich das Maschinenlabor nicht finden. Ich bin eine Stunde durchs Arboritum geirrt. Ich habe mir eine Ausrede zurecht gelehnt, aber... Mio schöpft Verdacht. Ich kann nicht weiter Spielzeug für Twinstar herstellen, wenn ich... Alex sagen würde, was ich vorhabe. Er hat mir ein Gerät gegeben. Parapsychologischer Schnickschnack. Von morgen. Einige der Bauteile sind mir... ein Rätsel. Okay. Wer dieser Traum... auf dieser Station... stimmt was nicht? Irgendetwas ist hier bei uns. Aber... ich halluziniere. Da besteht kein Zweifel. Na ja, gut. Ich hab versucht, den Schrank aufzukriegen, aber... ich musste unseren Jahrestag nicht mehr. Und... für einen Moment hatte ich auch Ihren Namen vergessen. Ihren Namen. Wenn ich irgendwann aufwache und mich nicht mehr an meine Arbeit erinnere, ich muss alles morgen übergeben. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Es wird ist... fordere Elektroden nach sechs Sekunden überhitzt. Aber... ich schwöre... für einen Moment... sah ich sie wieder. Wie damals, als wir uns an der Amalfi-Küste kennenlernten... in ihrem zitronengelben Kleid. Meine Chlorinda. Okay. Ist hier auch ein Bild, wo man das Passwort sehen kann. Chlorinda. Ah, gut, hab ich ihn schon gekriegt irgendwann. Durch den Zettel, der auf dem Tisch lacht anscheinend. Sehr gut. Tada. Hier einen Schritt weiter. Ja. Alles durcheinander hier, echt. Schatzsuche. Oder? Code? Irgendwas? Mutiz? Irgendwas gekriegt. Da hängt ja schon irgendwo ein Phantom drauf. Gar nicht. Ja, viel zu erkunden hier. Gar nicht so gut, um mich zu kennen. Dauert nicht alles ziemlich, glaube ich. Und viele Gegner. Dauert nicht. Dauert nicht. Dauert nicht. Ich kann mir mal hier. Ja, verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Urge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut. Die gelbe Tulpe. Es ist, als würde ich die Noten im Kopf sehen. Es fühlt sich an, als hätte ich mit sieben damit angefangen. Außerdem wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst. Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Okay, nochmal eine Stimmprobe gesammelt. Mann, Mann, Mann. 60% jetzt oder was? Jo. Jo, das heißt, ich muss hier viel durchsuchen und so. Es ist nicht so einfach, glaube ich. Weiß nicht. Reiersprung. Ah, okay. Äh. Na, wo sitzt die Mimik? Ah, cool. Ah, cool. Jetzt kann ich die Granaten herstellen. Die guten. Sehr gut. Nichts Interessantes dabei. Nur Loot. Aber guter Loot hier. Fällt gerade so ein. Ich glaube, ich kann mal ein paar Waffen erstmal ein bisschen tunen. So, hab ich noch mal was, hab ich noch ein paar zum... Ich glaube, wir haben ein bisschen Platz hier, ey. Schade an die Quartier kommen wir in die rein. Da hab ich den Code für. Irgendwie kommen wir das gar nicht so schön vor hier. Hehe, aber ich hab den Code, das ist gut. Lässt du mich dann gegen... Versprich, dass du mich gehen lässt. Jetzt wird das so reichen. Ich kann nicht aufhören. Sorry. Wie kann ich die Hand zu befreien? Mit EMP oder was? Null Wellen? Ich kann dich nicht verarschen. Kommt! Nein! Ich muss nochmal machen. Das ist ja scheiße. Wie kann ich die denn neutralisieren? Hä? Hat der irgendwie gespeichert? Nein! 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 Das geht so nicht. Das musst du doch irgendwie anders rinkriegen. Das muss ich doch irgendwie anders rinkriegen, oder? Äh, ja. Äh, äh, Emma, ich hab Emma gefunden. Ich will sie nicht finden. Da muss ich doch auseinanderfummeln, die Leute. Sorry. Nicht zu retten. Verschwinden! Nein! Bitte! Sohn! Ich mein doch. Sorry. Vielleicht gibt's ja auch sonst ne Schiefen, wenn man die rettet. Aber Pech. Emma, hier ist Daniel. Ich versuche Abby zu erreichen, aber sie geht nicht ran. Bitte nicht kommen. Emma, bitte. Nein, nicht. Emma, ich kann dich kaum verstehen. Versetz Sicherheit. Ist Abby da? Alles in Ordnung bei dir. Das bin ich nicht. 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 Ich werde es nicht tun. Du kannst nicht. Versteh dich. Versteh dich. Okay, da will ich jetzt mal nicht rein. Was will ich denn hier abziehen? Unglaublich. Warte mal, hab ich noch was von Futter noch. Äh. Ich werde erstmal gleich besoffen, toll. Sonst gibt's hier gar nichts. So, mal kurz überlegen. So, mal kurz überlegen. Ich glaube, jetzt muss ich auch gleich auch mal die Aufnahme unterbrechen. Weil ich nehm schon ganz viel lange auf. Aber ich werde auch irgendwie weiterkommen hier. Deswegen geht's gar nicht anders. Ich hätte gerne gewusst, wie ich sie jetzt, wie ich sie befreien kann oder warte. Aber das kann ich gar nicht. Boah. Ja, ist klar. Ja, ich bin unter mir bei der Treppe und ich kriege irgendwie so einen Schock ab oder was. Kann ich mal. Wie kriege ich denn einen kleinen, ey? Oh, das ist die Töte. Ich kann nicht eng. Ich bin stimmt. Ich bin stimmt. Ich geh nicht. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich kann ja nur abschießen, anders geht's ja gar nicht. Ich weiß nicht. Was willst du von mir? Oh. Oh. Hm. Ist man weg oder was? Ich bin und ich bin. Ich bin weg. 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 Was ist jetzt los? Okay, jetzt packt's auf. Könnt ihr dich ausnutzen. Das packt doch nicht auf. Toll. Irgendwie brauche ich da anscheinend wohl gar nicht hin. Irgendwie brauche ich da wohl nicht hin. Dann können die mich einfach mal. Ach man. Von hier komm ich. Von hier komm ich doch. Da war ich schon gleich. Dumme Bestie. Du denkst du kannst dich mit Ideln töten. Da muss ich immer noch hin. Da muss ich auch noch hin hier. B war ich. A muss ich noch. Pool war ich eben schon. Ja, naja gut. Der Container steht bereit. Das ist echt schräg, Quentin. Ich weiß, aber wenn... Ich will's nicht wissen. Ich tue Ihnen einen Gefallen. Nein, mehr nicht. Frachtcontainer 3232 steht auf der anderen Seite von Frachtraum B neben dem Unterführungstunnel. Als ich Küchenchef im Rauminstitut war, hat mich niemand gebeten, Essen in einem Container zu verstecken. Nur nicht so viele Ahle, ja. Habe ich denn gerade noch einen Code gekriegt hier oder nicht? 4349 war da. Fitnessbereiche habe ich schon gekriegt. Ich will da rein. Ich probier's. Du schickst immer mehr. Wann wirst du aufhören? Und wieder dein Platz. Wie ich's hasse. Warte mal, kann ich irgendwie meinen Ementanplatz irgendwie erhöhen? Höfigkeit, Anzug beschützen würde die... Okay, warte mal, wo ist denn das hier? Das nervt den langsam. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hier... Ah, hier. So. Crew A, da muss ich ja noch hin. Da hinten in dem anderen Bereich muss ich auch noch. Du erwischst mich nicht, was? Warum gehorcht du? Kannst du nicht gegen die Bestienstimme ankämpfen? Wir reden hier die ganze Zeit. Kantine muss ich auch noch. Sei still, sei still, sei still, sei still! Bevor ich da reingehe, muss ich erstmal woanders gucken. Ich weiß auch nicht genau, wie gesagt, wie ich die jetzt wiederholen kann, ohne dass ich die töten muss. Das muss ich dann irgendwann mal durchlesen irgendwo. Ja, wo können das alle jetzt töten hier, ne? Okay, der kann also draußen bleiben. Okay, nichts besonderes. Petrischale, Petrischale, was machen wir damit? Was soll ich damit? Hm. Warte mal, ich speichne mich kurz ab, bevor gleich der Muckel da vor der Tür steht. Ich will wissen, was das bringt hier. Was fliegt doch gar nicht. Verdammt mal. Was soll das denn bringen? Verdammt mal. Was soll das denn sein? 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 Oh, ich muss doch nicht mehr in der Tür. Ich muss doch wieder aufhören. Ich kriege gerade eine Krise. Ich habe keine Konzentration hier, sorry. So, dann gehen wir. Fieh da? Fieh da? Tcha-dam! Gut, dass ich hier nicht rein kann. Wortgirr. Ja. Hat es was gebracht hier? Keine Ahnung. Nichts. Würde ich mal sagen. Ja, das Ding nervt. Warte mal. So geht das nicht. Ich glaube den kann ich gar nicht wirklich besiegen, oder? Ich meine, der ist ziemlich stark anscheinend. Ich weiß nicht, wie ich den weggeben soll. Ich schieße mir. Wo rennt der jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich muss da hinten aber weiter eigentlich. Ich muss da hinten noch hin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weil jetzt geht gerade die Krise hier, dass ich mich jetzt mal unterbrechen und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.